An der Stelle möchte ich über Spiel 4 der Western Conference Finals sprechen zwischen den Timberwolves und den Dallas Mavericks. Vierte Partie bei Dallas Stand 3-0, das wisst ihr, das muss ich euch nicht erzählen. Nach dem vierten Spiel steht es jetzt 3-1 für Dallas und die Serie geht zurück nach Minnesota. Und na klar, das war Do or Die, das war Kitchen Sink Game, wenn Chris Finch und Micah Norrie, die beiden Coaches der Timberwolves, noch irgendwelche Ideen hatten, die sie noch nicht ausprobieren haben, dann war die vergangene Nacht eine gute Idee, das mal zu tun, weil sonst wäre die Saison vorbei gewesen und hätte das Spiel verloren. Es war ein Spiel, wo man gesehen hat, naja, die Timberwolves ziehen schon irgendwo die richtigen Schlüsse. Es ist eben auch was anderes, wenn beide Stars der Timberwolves offensiv funktionieren. Anthony Edwards, haben wir viel darüber gesprochen, über den Slump, den er zwischendurch hatte, mit 29 Punkten, 10 Rebounds, 9 Assists, auch 6 Turnovers, gehört auch mit zur Geschichte dazu. Aber das war ein tolles Spiel von ihm, hat am Ende, nachdem es zwischendurch ein bisschen weniger war, offensiv auch dann übernommen und das Ding entschieden. Aber neben ihm stand eben auch offensiv Karl-Anthony Towns. Und wenn ihr den Premium-Podcast gestern gehört habt, vor der Partie mit Dean und mir, beide sehr kritisch, was Towns angeht. Ich würde auch jetzt nach dem Spiel ihn nicht komplett von allem freisprechen. Er ist ausgefault mit 6 persönlichen Fouls. Da waren aber Fouls dabei, die einfach nicht begangen werden dürfen. Nicht in so einer Partie, auch nicht in Spiel 1, ehrlich gesagt, aber vor allem nicht in einem Spiel 4, wenn du 0 zu 3 hinten liegst und es eigentlich da gut bei dir läuft. Ich meine, er hat 9 von 13 aus dem Feld geschossen, 4 von 5 von der 3er Linie, alle 3 Freiwürfe, 25 Punkte in 30 Minuten. Und der will sicher noch mehr gehen. Auch da waren 4 Turnover dabei, versteht mich falsch. Das war offensiv eine gute Partie. Nur, wie gesagt, diese Fouls, die er da begeht, das ist wirklich jenseits von Gut und Böse, was er da stellenweise macht. Er manövriert sich immer wieder in so eine Bredouille, wo er dann eben für so 50-50 Calls, und die heißen ja 50-50 Calls, weil die in die eine oder andere Richtung gehen können, dann ist er halt mega anfällig dafür, dass er eben am Ende von Partien oder in wichtigen Phasen einfach fehlt, weil er eben diese Vorbelastung hat. Allerdings muss ich sagen, ich habe das Spiel nicht nochmal zweites Mal sehen können heute, aber ich war der Defensiv auch um einiges seriöser. War alles jetzt perfekt? Mit Sicherheit nicht. Aber es war in dem Sinne besser, dass wir da jetzt nicht komplette Aussätze von ihm gesehen haben, wie in den Partien davor, in wichtigen Phasen, die das Spiel eben auch fast gekostet haben. Hinzu kommt, und das werden viele wieder nicht gerne hören, Rudi Gobert. Ich sehe da jetzt relativ wenig Tweets, ehrlich gesagt, über die Defense, die er auch gerade im Schlussabschnitt dann gespielt hat. Ich sehe relativ wenig darüber, dass es, glaube ich, im Endeffekt nur zwei Lop-Anspiele gab, die verwertet wurden von den Dallas Mavericks. Woher kommt das denn auf einmal? Also, das kann ja eigentlich nichts mit Rudi Gobert zu tun haben, weil der macht ja am Korb relativ wenig Defensiv. Also, ihr merkt, der Sarkasmus fließt mir wie geifert durch die Zähne. Von den Top-Dreien eine echt gute Partie. Mike Conley, 14, 3, 7 und 4 Stils. Gerade zu Beginn, Anthony Edwards hat das auch nochmal auf der Presskonferenz gesagt, er meinte, hier, will mir auch jemand eine Frage stellen zu Mike. Old-Ass Mike ist zum Anfang hat zum Korb gegangen ohne Ende und steht hier mit seiner Clownshose. Conley früh aggressiv gewesen, zum Korb gegangen. Das hat alles gepasst. Mike Daniels hat seine 3er halbwegs getroffen, 2 von 3. Wir haben auch viele Aktionen für Gobert gesehen, der 4 von 5 geworfen hat. Es hat schon alles richtig gut funktioniert. Dafür waren das Reed von der Bank mit nur 6 Punkten, aber eben 3 von 6 aus dem Feld. Vielleicht nicht ganz so effektiv. Kyle Anderson hatte eine große Rolle. Zum einen so ein bisschen als Ballhändler, zum anderen auch Defensive gegen Luca. Da war Edwards auch, ich glaube, die Zahlen waren 5 von 15, hat Doncic geworfen, wenn Edwards der primäre Verteidiger war. Aber in dem Spiel hatte halt Edwards am Ende dann auch genug Körner drin, um, wie gesagt, dann auch das Spiel noch positiv mit seiner Offensive zu beeinflussen. Auf Seiten der Mavs, Doncic mit 28, 15 und 10 hat sich danach hingestellt und gesagt, ja, das ging halt auf mich. Also ich muss besser sein, dass wir das Spiel gewinnen. Wenn man die Zahlen so gehört hat, fragt man sich, was hätte er denn noch mehr machen können? Und dann sieht man, naja, 7 von 21 aus dem Feld, 4 von 11 von der 3er-Linie, also im Endeffekt 3 von 10 aus dem 2er-Bereich. Das ist dann vielleicht auch nicht das, was Doncic von sich selber erwartet. Allerdings denke ich auch, dass Defensiv, dass die Themenwürfe es um einiges besser gemacht haben. Kyrie Irving, 6 von 18, ebenfalls keine gute Nacht gehabt. 6 von 18 ist halt einfach nicht gut. Und 1 von 6 von der 3er-Linie, 16 Punkte, 4 Assists, 2 Rebounds. Wir haben beide offensiv. Der hat es offensiv auch mit 10 zu 6 Rebounds auf jeden Fall diesen Battle gewonnen. Haben auch gerade in der ersten Halbzeit viele, viele Punkte von Turnovern erzielt, haben davon profitiert, dass Binnis Hotan ein bisschen careless war. Ich glaube, wenn man irgendwo festmachen will, warum sie das Spiel verloren haben, PJ Washington, 2 von 9, 3er, dafür Derrick Jones Jr. 2 von 3. Es passte so ein bisschen negativ gesagt zusammen für die Mavericks, weil, ich bin dankbar und die Lops waren nicht da, weil defensiv das besser eingefangen wurde. Die 3er von Washington, der 2 von 9, obwohl er einer auch am Ende echt wichtig war. Natürlich nicht die Quote, die man sich vorstellt. Wenn er dann auch noch Irving 1 von 6 wirft, dann ist man da bei 3 von 15. Das zieht natürlich die Gesamtquote auch runter. Und dann ist es auch wieder egal, dass Derrick Jones Jr. 2 von 3 getroffen hat, dass Jayden Hardy von der Bank 3 von 4 gebracht hat, der viel, viel offensive Impulse da mitgebracht hat. Am Ende war das einfach offensiv nicht auf dem Niveau, wo sie vorher waren. Und trotzdem waren es nur 5 Punkte. Das ist natürlich die positive Nachricht hier an dieser Stelle. Wenn man sich anguckt, dass die Timberwolves aus dem Feld 52,7 Prozent getroffen haben, 45,8 von der 3er-Linie und dann trotzdem am Ende es nur eben diese 5 Zähler waren. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, was ist eigentlich, aber was ist passiert? Was haben die Timberwolves besser gemacht? Ich fand, dass die Timberwolves um einiges aggressiver waren als auch in Spiel 3. Also gerade was so anging, dass das Blitzen von Doncic, das ist weiter draußen auch passiert, auch stellen wir uns an der 3er-Linie wirklich. Man hat eine Taktik gesehen, dann kurz vor Schluss Gobert war, der geswitcht war auf Doncic und dann, was passiert, was ich gestern schon mal erzählt hatte, dass Conley ihn dann wieder rausgeholt hat aus dem Matchup. Also Gobert ist raus, hat sich groß gemacht, hat Doncic gezwungen, mal ein Dribbling zurückzumachen und in der Zeit kam Conley dazu, hat quasi Ketter ausgelöst und dann war es immer nicht das perfekte Matchup, aber man hat zumindest das hinbekommen, dass man nicht Gobert auf diese sogenannte Insel schickt, dann mit Doncic. Und generell fand ich, sie waren sehr aktiv, was die Hände auch anging, haben auch einige Steals, wie gesagt, das Verzeichnungen gab, insgesamt 9 Stück. Generell haben wir ein besserer Gameplan mit Anderson, der 25 Minuten gegangen ist und die Zahlen lesen sich gar nicht so gut bei Anderson, 2 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assist, 3 Steals, aber wie gesagt, relativ wichtige Zeiten da auf dem Feld zugebracht, obwohl ich mir am Ende vielleicht auch gewünscht hätte, dass sie vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen kleiner noch gehen oder mehr mit Shooting arbeiten, um halt da die Zone ein bisschen zu entzehren für Edwards, der dann am Schluss eben auch, wenn es zum Korb ging, da viel Widerstand hatte und dann eigentlich aus dem Dribbling arbeiten musste, aus der langen Zweierdistanz oder eben von der Dreilinie. Es hat funktioniert, aber da glaube ich, kann man noch ein bisschen optimieren. Allerdings ist immer die Frage, wenn man das vorne optimiert, nimmt man sich dann hinten vielleicht so ein bisschen diesen Zugriff und die Härte, die man da hat. Das wird ein spannendes Spiel 5. Das Witzige ist ja immer, finde ich, wenn wir davon sprechen, 0-3-3-0, ihr kennt die Zahlen, 155 Mal gab es das in den NBA Playoffs, das in einer Siebenspiele-Serie ein Team bei 3 zu 0 geführt hat und die haben immer gewonnen, zuletzt ja auch die Celtics. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Nuancen, also zum einen ist es natürlich 3-0 in der Regel, das Team führt, was wahrscheinlich auch besser gesetzt war in dem Jahr. Nicht immer, aber wie gesagt, in der Regel, hier ist ja das tiefer gesetzte Team, liegt 3-0 vorne. Muss man dir auch dazu sagen, dass die Mavs vielleicht auch anders gestanden hätten in der Tabelle, wenn sie früher Daniel Gafford und PJ Washington gehabt hätten. Aber dass die Timberwolves jetzt natürlich einen Vorteil haben, Vorteil sprechen kann, wenn man die ersten beiden Heimspielen verloren hat, aber sie gehen nun mal zurück nach Minnesota für Spiel 5. Und Spiel 5 ist generell in jeder Siebenspiele-Serie immer eine sehr, sehr wichtige Partie. Jetzt aber auch wieder, und vergangenes Jahr hatten wir das ja bei Boston und Miami auch, dass jetzt Spiel 5 beim eigentlich stärkeren Team, besser gesetzten Team, wie man das formulieren wollte, haben. Jetzt ist es natürlich so ist, dass eben der alles in die Fremde muss. Das wird eine Halle sein, eine Arena in das Target Center, was einfach krass brennen wird. Und wenn du das verlierst als der des Mavericks, kommst du zurück nach Hause für Spiel 6? Gar keine Frage. Das ist ja auch wieder ein Vorteil für dich. Spiel 6 ist dann eben nicht so, wie es normalerweise wäre. Okay, wenn wir jetzt verlieren, müssen wir es besser setzen zu Team, dann Spiel 7 haben wir zu Hause. Nein, Spiel 6 ist dann zu Hause bei dir eigentlich dein Spiel 7, weil du auf jeden Fall verhindern willst, dass du dann nochmal nach Minnesota willst. Und das macht es jetzt nicht hundertprozentig offen und wahnsinnig spannend. Wenn das jetzt jetzt 4-1 ausgeht, sprechen wir nicht mehr darüber in 5 Jahren. Oh, diese Serie, wie knapp das war, welche Wunderwürfe wir da gesehen haben. Das gerät alles vergessen an. Am Ende steht dann nur noch 4-1. Wenn Minnesota das Spiel wirklich gewinnt, Spiel 5 gewinnt, dann ist hier wieder alles offen. Und dann darf man wirklich wahnsinnig gespannt sein, ob wir dann 7 Spiele sehen oder eben nur 6. Ich würde weiterhin eigentlich Dallas vorne sehen. Ich glaube, dass Dallas, auch wenn Derek Lively dann eventuell zurückkommt, er hat selber gesagt, es ist so Day-to-Day, er ist im Concussion-Protokoll, also dieser Maßnahmenkatalog, den man da erstmal durchlaufen muss und wenn man wieder spielen will, wenn man eine Gehirnschütterung hatte. Und da kann es dir auch vielleicht schon wieder ganz gut so gehen, aber wenn du diese Testzeit nicht bestehst, dann darf es trotzdem nicht aufs Feld. Kleber hat das für meine Begriffe gut gemacht in seinen Minuten, hat aber auch gemerkt, dass er noch nicht ganz hundertprozentig wieder auf Niveau ist. Kann er auch nicht nach langen Pausen, dann kommst du direkt in so eine sehr intensive Playoff-Serie. Fakt ist, die Mervs sind weiter ein Favorit auf den Seriensieg. Aber in Spiel 5, wie gesagt, vor eigenem Publikum und der Dreier fiel es ja auch jetzt schon sehr, sehr gut. Die Frage ist, wie fallen die Dreier der Rollenspieler? Ich kann mir vorstellen, dass man auf Seiten Minnesotas dann noch mehr darauf sitzt, dass man halt Irving und Doncic kontrolliert, dass man da sehr aktiv drauf geht, dass man sagt, hey, pass den Ball, dass man auch lange Passwege produziert und eben sich von irgendwo, nicht von der Dreierlinie oder sogar nach einem Drive, das wird man nicht alles verhindern können, aber generell in der perfekten Welt für Minnesota produziert man halt längere Pässe, die natürlich dann auch mehr Zeit geben zu rotieren. Längeren Weg auch natürlich für die Defensive, die man gehen muss, aber um was man sagt, hey, derrick Jones, PJ Washington, macht ihr das bitte. Wir versuchen, dass wir Gobert unterm Korb behalten, dann finischt mal gegen den oder nehmt eure Dreier gegen harte Closeouts. Wir schauen uns mal, was da passiert. Pick and Roll versuchen wir so zu kontrollieren, dass es eben nicht viele Lob-Anspiele gibt und dann gucken, was am Ende bei rauskommt. Ich meine, Dallas auf der anderen Seite muss gar nicht viel ändern. Es wäre schön, wenn man Lively zurückbekommt, so als Playmaker aus dem Pick and Roll. Auf der anderen Seite glaube ich, dass auch jemand wie Maxi Kleber, wenn er den Ball dann, und es geht ja darum, dass man, wenn man früh angegangen wird am Pick and Roll, wenn da früh geblitzt wird, dass der Big Man, wenn er sich dann abrollt Richtung Freiluflinie in der Regel, wenn er den Ball da bekommt, dass er damit was anfangen kann. Lively oder Gafford können von da an nicht wirklich werfen. Kleber könnte es, er könnte auch Pick and Pop natürlich von der Dreierlinie werfen. Was aber Lively und auch Kleber können, ist eben den Ball, wenn sie ihn an der Dreierlinie fangen, nochmal zu dribbeln. Das erfordert natürlich eine Reaktion der Verteidigung und dann den Ball rechts und links verteilen, so zu den Dreierschützen, die dann eventuell ein bisschen freier stehen. Also das wird auch ein Punkt sein, der in Spiel 5 zu beobachten ist. Ich freue mich brutal auf dieses fünfte Spiel, weil ich glaube, dass auch Jason Kidd seinem Team da jetzt so ein, zwei Anpassungen noch geben wird. Das wird vielleicht sogar das wichtigste Spiel dieser Serie sein und ich bin wahnsinnig gespannt, wie es ausgehen wird. Es ist dann in der Nacht auf Freitag. Aufschönen! Aufschönen! Vielen Dank.